Der Zirkus, große Attraktion, es tritt einer auf mit einem Krokodil. Und, kannst du mir das bitte halten? Und der tritt also auf mit dem Krokodil, ein Dompteur, und alle schauen jetzt, was passiert. Und der Dompteur macht die Hosentüre auf, holt ihn raus und steckt den Krokodil zwischen die Zähne rein. Und das Krokodil reißt den riesen Rachen auf, und der geht her und haut mit der Faust auf den Kopf vom Krokodil, das erschrickt, und er kann ihn wieder rausziehen. Sagt er, ist jemand unter den Zuschauern, der das nachmachen will? Keiner. Krokodil reißt wieder den Rachen auf, er steckt ihn wieder zwischen die Zähne rein, das Krokodil will wieder zuschnappen, er mit der Faust auf den Kopf vom Krokodil, das erschrickt wieder, reißt auf und er zieht ihn wieder raus. Sagt, da ist noch keiner da, was nachmachen will. Meldet sie ganz hinten, eine ältere Dame, sagt sie, ich würde es gerne machen, aber ich habe Kontaktlinsen und vertrage den Schlag auf den Kopf nicht. Meldet sie j 1890-